also die bäume hier sollten nicht unbedingt weg wegen schnee aber wie mache ich das ich hätte gerne eine baumfarm aber ich hätte ungern sind immer wieder kahlschlag und neuen schnee das widerspricht sich ein wenig das ist auch alles weg 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 so während es mir ein heiltränke gebraut die türen stehen mit der rüstung da brauchen wir ganz viel anderen krimskarms für noch genau die spalte hier ist nicht so toll landschaftsbild genau für unsere rüstung brauchen wir landschaftsbilder also zumindest eins dass wir instant aufhängen da übermessen aufhängen bitte sieht sogar ganz schick aus und scheint ähnlich wie das andere porträt random zu sein also aus einer auswahl von bildern wird dann eins genommen so aufzug seil seil brauchen wir wolle für wolle bunt glas fenster wir haben kein glas glas brauchen wir kohle mal wieder nicht gold sand so glas bunt glas was also hier ist das bunt glas fenster da brauchen wir bunt glas und eisen auch instant fertig, sehr schön bau das bitte mal vor die Tür sehr schön schließen, abbauen Elixier des Feuerballs Schleim haben wir ganz viel Harz haben wir ganz ganz viel mehr Nadelkristalle haben wir bedeutend weniger, Hirne geht so Flasche haben wir eine Oh, die werden im Fünferpack hergestellt Ja, ist okay Flasche, Flasche braucht Glas und wieder Kohle So So, mit diesem Feuerballtrank mit den fünf Stück, die bei einmal kombinieren rauskommen kann ein Zwerg mit einem Feuerballstab Feuerbälle schießen was ziemlich praktisch klingt aber sechsmal schießen, ne das klingt wiederum nicht so viel Muss man mal gucken, wie viel Schaden das macht Das muss alles weg, sonst wächst da dieses neue Zeug Das muss weg, das muss weg, das muss weg Das muss weg So Und große Bäume, die auf Wurzeln wachsen Wie der da, der da und der da können weg Weil sie ja neu wachsen mit der Zeit Die Nichtwurzeln wollen bleiben erst mal stehen Denn er hofft dann, dass irgendwie nach zwei, drei, vier Folgen da doch noch Wurzeln entstehen Oh, alternativ könnt ihr einfach einen Block immer abreißen, aufbauen, abreißen, aufbauen Und guck mal, wieso irgendwann mal Wurzeln entstehen Hm Du Kontroll übernehmen Mach ein Loch Füll das Loch Mach ein Loch Füll das Loch Nicht unter deinen Füßen Glaub nicht, dass das so klappt Und wenn es klappen würde, wäre schon fast eine Exploiter Ja Also wenn es so gehen sollte Dann nur sehr, sehr geringe Chance Na komm Ja okay Das brechen wir mal ab Töten Töten Nicht groß, nicht groß Viel zu dunkel Das muss alles weg Neues Portal Da hinten, hinten Das muss weg Das muss weg Das muss weg Du musst tot Du musst tot Du musst tot So, gib ihm Oder einen coolen neuen Schwerter Piu, 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 ah, falsches Spiel Metzl, 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 Metzl So Das ist auch noch weg Und dann ist die Welt links gleich flach Sehr schön Sehr, sehr schön Hat der bloß 30 Folgen noch so geschauert Oh, Wurzel Achso, war noch ein Geist, okay Tickbaum Wir hätten gerne ein Aquarium und einen kleinen Kronleuchter Nein Wir hätten gerne einen Aufzug Dafür hätten wir gerne ein Metallwatt Dafür brauchen wir zur Abwechslung mal keine Kohle Das ist doch schön So, das bitte herstellen Das bitte zumachen Ach komm, den Baum kannst du stehen lassen Der ist ja nicht ganz so groß So, testweise schmeiße ich jetzt nochmal einen Zauber hier zwischen Oh, der hat richtig was gebracht diesmal Gut, hier kann kein Schnee mehr auftauchen Nur auf diesen zwei Feldern hier vorne Sehr gut, sehr gut, sehr gut Schaut es hier aus Plopp Alles dicht Eine Waldmauer Das ist weg Nuller Buch, ja okay Zack, zack, zack Tom, 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 Tom So, 27 Gold Ich hätte gerne 20 17 10 Hier ist noch irgendwas, was man nur hier kaufen kann Die Bücher Vor allem die Nahkampfbücher Lothelmchen Wo bist du? Du bist nicht Lothelmchen Du bist Lothelmchen, ausrüsten Schwertkämpfer 28 Schwertkämpfer 37 Und so erstmal schlafen gehen Aber ja, ich glaube es macht mehr Sinn Ganz viele von den Nahkampfbüchern zu kaufen Und jeden Zwerg davon ein, zwei in die Hand zu drücken Anstatt jetzt ein Mitrielschwert zu kaufen, das drei mehr Schaden macht Zumal ich aber noch die Hoffnung habe, dass der Nahkampfwert auch Hilf beim Schutz Dass sie irgendwie parieren oder sowas machen Na gut, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg Kaufe ich trotzdem mehr später Deckbaum Haben wir genug für den Fahrstuhl? Ja, haben wir Okay, Seil Gold Wozu auch irgendwann Gold im Fahrstuhl braucht Öl, das macht Sinn Bretter haben wir auch fast keine mehr Aufzug Schließen Schließen Äh Aufzug Stimmt, wir hatten da mal was vorgehabt hier unten, ne? Äh, hätten gerne hier einen Aufzug Und da, und da, und dann gucken wir weiter Da ist unser Aufzug Mäh, ja Da, 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 da Bauen wir auf Zug Mäh Das heißt, wir dürfen jetzt die Kuckucksuhr bauen Um die Pendeluhr zu bauen Um das Lager zu bauen Um mal einen Such zu bauen Um Vitrille zu stehen Gut, wenn ihr an uns, wenn ihr an uns Das, 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 das Kuckucksuhr Zwei Kuckucksuhr Warum wachsen da Pilze bei unserer Küche? So eklig Weg, 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 weg Äh, Gehirn und Knochen auf der Mauer, das passt ja schon fast Du Töten Du kannst weg Der Rest ist noch nicht wirklich groß Das ist eine richtige Baumfarm Wir gucken mal, wann die reif sind und hauen sie dann weg Kann ich das irgendwie zerstören? Weil die werden nicht mehr reif, die sind tot Die hier können wir fast alle abhauen Wir sind eh auf Schnee Problem ist nur, die werden nicht so wirklich groß auf Schnee Wenn sie überhaupt wachsen Das, das müssen wir im Auge behalten Als ob die Bäume auf Schnee überhaupt über viel rüber kommen Aber ich glaube, das hatten wir schon ein paar Mal Ah, das ist krass, der Berg ist plötzlich weg So, alles weg machen Portal hier Du Nein, 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 nein F1 Nicht Baumhacken Für die Zweck kontrollieren So Jetzt ruhig F2 Weg, weg, weg 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 Das war jetzt ein bisschen oberkill Ich wollte eigentlich Geh weg So Nun muss ich die Lücken hier füllen Oh Riesel 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 Weg mit dir, weg mit dir Geh Du weg, du weg, du weg. Das hier weg. Du hast nur du Weisenpäcke, kann das sein? Ich bin ja gar nicht. Weg. Hier wieder irgendjemand von du. Käfer. Schnee, geh weg. Schnee, geh weg. So. Nein, nein, nicht befreien. Zwerge werden niemals frei sein. Alle unter der Kontrolle des Overlords. Geh weg. Weg, 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 weg. So. Geh aus dem Loch. Das bitte alles wegmachen. Während wir hier weiterarbeiten. Das, 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 das. So. Ich weiß, wie ihr seid gierig, was Ressourcen angeht. Aber nach 5000 Steinen, die wir jetzt schon haben, braucht ihr nicht noch einen mehr. Geh, geh. Wir sind fast fertig mit unserer Arbeit hier. Gut, Sand, Sand kann ja nicht vollziehen. Das können wir sogar noch gebrauchen. Da ist Wasser, okay. Letzter Baum. Weg. Oh, ein Schwimmlernbuch. Ich hätte gerne einen Marktplatz, wo man Sachen verkaufen kann, die man nicht mehr braucht. Aber ich denke, da würden die meisten Leute ganz am Anfang das ganze Dirt verkaufen, bis irgendwann kein Land mehr da ist. So eine richtige Zwergenmanier. Geh, 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 geh. Geh raus, raus, raus. Gut. Zu, zu, zu. Kann ich über das... Geh weg. Kann ich über das Wasser rüber bauen? Das testen wir gleich mal. Kann ich nicht. Oh, ich hab das Wasser kaputt gemacht. Ähm, ähm. Alles zugefroren? Flup. Kann ich es jetzt machen? Kann es auch nicht abschöpfen. Jetzt wieder normal. Oh, weia. Ich sollte aufhören, mit der Welt rumzurexperimentieren. Jetzt liegen da Erdknöbel rum. Scaffo liegen dann einfach weg. Gut. Du. Genau, mach das weg. Geh da weg. Geh, geh, geh. Einfach weg, sonst fällst du gleich ins Wasser. So. So. Und ignoriert das Zeug. Zu. 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 Ich krieg das raus, sonst kommt noch irgendein Zwerg später. Jungs. Da. Nimm. Gut. Wir hoffen einfach mal, dass man mit dem nächsten Patch oder so wegkommt. Na, machst du wohl? Halbe Stunde noch. Oh, da mühnt sich ja richtig ab mit dem Steinblock. Also halbe Stunde noch, bis die Welle kommt. Ich weiß nicht, ob ich... Ah, doofe Schnicke. Ich weiß nicht, ob ich bis dahin das schaffe, die Rüstung zu bauen. Weil hier immer wieder diese ganzen Kleinigkeiten hier gemacht werden müssen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, 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 das schaffe. Vielen Dank.